Arafat, ist er da? Bei dir als Gastanfrage? Oder lad ihn mal ein? Ja, ja, ist ja. Assalamu alaikum. Was ist los? Jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal. Du kommst rein und sagst mir, rede so, wieder so, wieder so. Wir reden, was wir wollen, Habibi. Nimm so einen Schwanz in den Schutz. Ruf mich auf den Weg, Bruder. Mach nicht diese Politik auf uns. Wir haben so viel Respekt, weil du älter bist, aber nicht wegen irgendwas anderes. Ich bin auf deiner Seite gewesen, die ganze Zeit. Bei Allah, nicht wegen irgendwas anderes. Ich bin auf deiner Seite. Aber diese Politik, Bruder, wir haben nur wegen Alter und so Respekt. Aber bei Allah, wenn niemand ein bisschen zittert, soll ich ausdrücken auf Arabisch sagen, noch mit dem Kopf? Der Hak mag, nicht mit dem Kopf. Der Hak mag, nicht mit dem Kopf. Ein Kalb kann zittert, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, eine schöne Mütze auf meinen Kopf. Nur damit ich, damit ich noch schöner bin und damit ich mehr aufpasse, was ich sage. Und kein Respekt, nix, Herr Salami. Gott, nicht den Weg zu werden. Oh mein Gott, nicht den Weg zu werden. עם Kirchmour, ich gehe nicht in der Tür. Es gibt keine Mitf陥er. Nein, ich sage, nicht nachdem du lieben, ich sage, nicht nachdem du lieben. Nein, ich sage, nicht nachdem du lieben, nicht nachdem sie sind, nein, 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 ach 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 jedes mal die gleiche scheiße jedes mal die gleiche scheiße ja wir sind schuld dass wir noch korrekt sind und ruhig sind leute ihr seid alle anhänger von 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 barello bleibt mal alle lockern gibt mal wieder zu diesem hund drüber nicht zu uns ist echt peinlich wala leid ihr seid echt peinlich wala ihr seid wirklich richtig peinlich wala dass dein ganz familie ist peinlich du bastard kind du ja 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 ja